Ekaterina Leonova ist eigentlich Single. Doch jetzt spricht sie übers Heiraten. Was steckt dahinter? Wird Ekaterina Leonova, 37, schon bald unter die Haube kommen? Immerhin gab die Tänzerin erst vor kurzem zu, ihren Ex-Freund Paul Lorenz, 37, noch immer zu lieben. Bei der Let's Dance Profi Challenge sahen sich die beiden wieder, tanzten eine Kür zum Hollywood-Film Mr. und Mrs. Smith. Zwei Menschen, die miteinander und ohne einander nicht können. Das beschreibt uns eigentlich perfekt, erzählte die 37-Jährige in der Sendung. Doch privat wieder zueinander gefunden, haben Paul und Ekaterina trotzdem nicht. Oder etwa doch? Ekaterina Leonova und ihre Mutter beantragen eine Vollmacht. Wie die dreifache Let's Dance-Gewinnerin ihren Fans auf Instagram jetzt erzählt, muss sie sich mit dem Thema Heiraten auseinandersetzen. Allerdings nur rein bürokratisch. Meine Mama und ich waren gerade beim Notar, berichtet Ekaterina. Ich wollte eine Vollmacht für meine Mama beantragen, damit sie bei verschiedenen Angelegenheiten eine Vollmacht vorzeigen kann. Doch diese Vollmacht beinhaltet auch etwas, das Ekaterina beinahe schockiert, zum Beispiel das Recht, dass meine Mama mich ohne Genehmigung mit einem Mann verheiraten oder scheiden lassen kann. Auch wenn dieser Fall wohl nie eintreten werde, finde die Tänzerin das komplett verrückt, wie sie erzählt. Und dann wird die Tänzerin das komplett verheiratet. Und dann wird die Tänzerin das komplett verheiratet. Und dann wird die Tänzerin das komplett verheiratet. Untertitelung des ZDF, 2020